Hallihallo meine Lieben hier draußen, herzlich willkommen heute hier bei LS25 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr und du wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt gerade noch einmal ein bisschen unterwegs auf den Feldern. So, und zwar ist es jetzt hier ganz wichtig, die 91. Wir müssen den Plan machen, unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, da kommen Kartoffeln drauf. Wir müssen hier kalchen, dann müssen wir, Müllchen müssen wir nicht, Fliegen müssen wir nicht, Walzen müssen wir auf alle Fälle. So, dann haben wir hier aber schon eine Dinge, warte mal, ja, Zwischenfrüchte, eine Dingestufe haben wir drauf. Stricheln müssen wir den ganzen Rötzner und Steine müssen wir auch nicht machen. So, machen wir Eintrag hinzufügen, sehr gut. So, gucken wir hier drüben noch einmal ganz schnell, denn ich glaube, da war ja auch schon eine Dingestufe drauf, ha? Genau, haben wir auch schon eine Dingestufe drauf. Also, das war Zwischenfrüchte. Jawohl. Zack, so. Auf der neuen Arch ist nichts passiert, aber hier drüben müssen wir mal sehen. Ich glaube, hier ist auch nichts passiert. Hier ist Null gedingt. So, wir brauchen Kalk und es muss gewalzt werden. Jetzt gucken wir hier mal ganz schnell, was ist das hier? De 92, genau. Äh, Bodenbeschaffenheit. Muss gepflügt werden. Nö, muss nicht gepflügt werden. Okay. Das sieht ja schon, muss überhaupt noch irgendwas gepflügt werden. Ach ja, das müssen wir pflügt. Nö, ist klar. Ei, ei, ei. So, gut. Ähm. Der 92. Der 92. Was machen wir mit dem auf der 92? Auf der 92 machen wir mal. Äh, so, ja, bohnen machen wir den mit drauf. Du, der 92. Geplänte Frucht machen wir mal. Oder machen wir den mit zurück im Hörsen. Machen wir den mit zurück im Hörsen drauf. Ne, warte mal, Hörsen macht, glaube ich, die Kulie. Warte mal, da müssen wir noch mal schnell was gucken. So, Proteine, Sojabohn, Rapsenblumen, Sojabohn. Ja, mein Sojabohn, drei, mein Sojabohn. So, 92. Die 92. Machen wir Sojabohnen. Kalken, ist notwendig. Fliegen, nicht notwendig. Walzen, notwendig. Mh, gibt, haben wir nichts. Und gerade stricheln müssen wir. Steine, auch nicht nötig. So. Gut, perfekt. Und dann geht's jetzt rüber zur 94. Und da müssen wir mal gucken. Die ist einmal gedüngt. So. Passt mal auf. Die 94. Die 94. Und die machen wir jetzt gleich dann fertig. 94. Geplante Frucht. Machen wir Weizen. Äh, Kalken, ist nicht notwendig. Müllchen auch nicht. Fliegen auch nicht. Walzen, ist notwendig. Gedingt haben wir Zwischenfrucht einmal. Stricheln. Notwendig. Steine. Nicht notwendig. Eintrag auch hinzufügen. Jetzt müssen wir mal kurz noch mal schnell die Leute vom Landhandel anrufen. Ja, Landheil Ernst, Birger. Der Thomas hier. Thomas, grüß dich. Sag mal, habt ihr, habt ihr eine Walze? Ja. Kann ich mir die mal ausleihen für ganz kurz? Kannst du mal. Wo stehen die? Ja, die steht hier gerade vorm Tor. Vorm Tor? Ja, da würde ich mir die mal ganz, ganz schnell ausleihen. Ähm, weil ich muss hier definitiv mal walzen, sonst wird's rotz. Ja, mach das. Ne? Bring ich dir dann gleich wieder zurück. Sauber gemacht und alles, ne? Alles gut. Wir brauchen ja auch noch brauchst nicht sauber machen. Hm, na gut, wenn du das sagst, alles gut. Dann machen wir das so. Äh, ich danke dir. Jo, ciao. Bis später. Tschüssi. So, dann machen wir das auch wieder weg. So, gut. Na, meine Lieben, dann machen wir das mal so. Bevor wir zum Manüber holen, die Walze ganz schnell, weil ich will jetzt probieren. Diese oder nächste Folge will ich mal probieren, wie das ist mit dem Thema Säen mit der Sämaschine ohne diese Kreiselecke vorne dran. Das müsste doch funktionieren eigentlich. So. Ah, hier steht die gleich. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Mordigemain. Und da können wir nämlich kleine Walzen. Dann fangen wir den ganzen Rotzmöpfen hinten an. Putz. Putz. kann ich auch nicht, dass wir die die da kommen. Das ist ja gut. Da. Duh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 mich jetzt ein kleines bisschen konzentrieren und da jetzt läuft es gut okay also ich bin wie das jahr wie gesagt wird also da bin ich wirklich noch ein kleines bisschen am gucken das mit der maschine so funktioniert wie es soll bin ich da gespannt meine lieben freunde das sind mit dem So! Mensch, c'est nous! So, ich fahre die jetzt erstmal zurück, weil wie gesagt, ich werde das jetzt wirklich mal probieren, ja. Ob das geht oder nicht geht. Ich bin jetzt total gespannt, wisst ihr das? Wie ein Flitzebuchen. So, dann würde ich sagen, stelle ich die mal hier unter das Dach. Sollte es mal regnen oder was? Sollte es. Sollte es. Sollte es. So, weg und zack und das und weg und zack. So. So. Ich bin jetzt gespannt, meine Lieben. Das weg und zack und das und das. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir aber ganz schnell mal auf den Arbeitsplan gucken. Ähm. Der 94. Weizen wollen wir da drauf machen. Wär's nicht besser, wenn wir morgen Gerste. Äh, wir machen Gerste. Passt mal morgen, wenn wir Gerste drauf. Dorscht. All die dicht. So. So. And what's. So. So. Dann holen wir uns mal den Trock-Borion ganz schnell. Das mal weg. Zack, zack, zack. Und drüber. Und zack. Ja. Dann wird rote. Dann hops. Sack. Ja. Das ist nicht. Ja. Dann kommen wir noch malen. Wenn das Essen geht. So. Dann mit personnes gehen durch und runter. Ich bin wrong, wenn das dann war. Das, was jetzt gut dann bräst du. Das, was jetzt zu tun, Mama. Tick, 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 tick. Das ist nicht so. Mann! So! Jetzt probieren wir das mal aus. Ups, Manfred, hier, hallo. Ja, servus, der Stiel hier. Riese. Ich hab so ein kleines Problem. Was ist denn für ein Problem? Hast du vielleicht irgendwie noch kurz Zeit oder so heute? Ja, hab ich. Du hast doch einen Frontlader mit Schaufel, oder? Äh, ja. Könntest du eventuell den mal vorbeibringen oder vorbeikommen? Äh, kann ich machen, ja. Weil, na, meine Sehmaschine, die macht Zicken. Ach so? Ja. Okay, okay, okay. Die lässt sich nicht befüllen. Oh, na, pass auf, dann komm ich gleich mal vorbei. Ja, alles gut, alles gut. Na, ich komm, ich komm mal vorbei. Jo, danke. Gut, bis gleich. So, dann machen wir das ja auch mal weg. So. Jetzt müssen wir es mal gucken. Warte mal. Ich muss mal schnell was gucken. Ihr Lieben, wir machen mal einen ganz kurzen Cut, weil das muss ich nämlich jetzt erst mal noch schnell konfigurieren. Bleib Moment. So, meine Lieben, sind wir doch wieder da. Äh, ich hatte nämlich jetzt zwischendurch noch einen Anruf. Ähm, der Nikolas hat's hingekriegt. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht hinfahren. Okay, aber wir müssen es trotzdem irgendwann mal konfigurieren. So, meine Lieben, jetzt gucken wir hier mal. So, ich schau dir jetzt immer hierher. Und jetzt muss ich, wie gesagt, ich muss jetzt immer sehen, ob das funktioniert. Oh, nee, hä? Fängt die Sitze an mit Regenen? Ja, oh, boah. Mal sehen, ob das jetzt geht hier, ob ich die überhaupt anhängen kann. Ich glaube, ich kann die doch gar nicht anhängen, ja? Genau, so hab ich mir das nämlich gedacht. Naja, gut. Genau so hab ich mir das gedacht. Ah, gut, mein Lieben, da weiß ich das jetzt schon mal, wisst ihr? Das ist nämlich gar nicht so ganz schlecht. Wenn mir das immer ein bisschen weiss. Gut, dann würde ich sagen... So. Das würde ich sagen, meine Lieben. Wir haben es auf alle Fälle erst einmal wieder geschafft für heute. Lasst mal ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, meine Lieben. Macht's immer gut. Bis dahin. Wir sind raus. Tschüss. Und tschaui. Tschüss. 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 Vielen Dank.